Ich bin seit 1997 selbstständig in Potsdam, hatte in der Zwischenzeit über vier Filialen mit vielen Angestellten. Corona-bedingt haben wir uns verringert. Jetzt habe ich nur noch eine Filiale. In dieser Filiale arbeiten drei Mitarbeiter, habe jahrelang ausgebildet, bin in Erinnerung tätig und auch in der Prüfungskommission. Ich bin Christine Lack, selbständige Friseurmeisterin in Potsdam und ich unterstütze Frau Saskia Ludwig, weil sie weiß, dass der Mittelstand das Rückgrat der Wirtschaft ist und man ihn stärken muss.